Der letzte Teil des Fastabzugs erreicht sein. Fastnachtsumzug 7. Februar 2016 über die Brick. Der historische Brückenschlag eint Pulzappe und Insulana. Erstmals nach 66 Jahren vereinen sich die beiden Karnevalvereine Pulzappe und Insulana mit einem wunderschönen Lindwurm, der sich auf die 2,7 Kilometer lange Strecke von und durch Ilfesheim zum Glatzkop, dem Wasserturm zu Seckenheim, begab. Circa 30.000 Zuschauer verfolgten die fast 100 Zugnummern und spendeten riesigen Applaus und immer wieder ein wiederhallendes, donnerndes Zappe Ahoi auf Seckenheimer Seite. Von den Insulanern wird dieser närrische Umzug alle zwei Jahre wiederbelebt. Dieses Mal aber fällt der Umzug auf die 1250 Jahre Feier von Ilfesheim und Seckenheim, welches die beiden Vereine veranlasste, einen gemeinsamen Umzug zu organisieren, getreu dem Motto über die Brück. Wir begrüßen alle Fotografen und Seckenheim, die drei Dörren in Zappe! 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 Jetzt was? Banzeliola einemoretiker! Einmal von consel 1989 ... und der Pannkrieg, ne? Ja, der lässt sich nicht! Haha, genau! ... und die Gäste, die wir uns wiedersehen! Hier sieht er so hübsch aus. 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 Das Warten auf dem Umzug war bei der guten Stimmung sehr kurzweilig und der Moderator Jürgen Zink verstand es, die Zeit mit flotten Sprüchen und guter Musik zu überbrücken. Ein Fasnachtspin zur Unterstützung des Fasnachtszügels. Keine Schwastkugger geduldet. Wir grüßen euch bei 3.000 an Zappel! Das war ein guter Eintritt, ich hab gewusst. Das war ein guter Eintritt. 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 Das ist die sogenannte Vorhof. Und wir haben wirklich einen ganz hervorragend erhaltenden Oldtimer dabei. Voraussi. Also wir haben hier eine A5, bitte. Köns. Ist du? Das war ein guter Eintritt. Ich freue mich auf die Feuerwehr. Super. Danke. Komm, hol uns was so raus, so wie beim ersten Mal. Stützend und überhaupt helfen, dass er so laufen kann. Herzlich willkommen, Herr Sauer. Herr Sauer, Sie sehen, wir haben Glück. Die Pinsen sind alle, die haben uns alle gekauft. Auf den Heiner 3.0! Die Zeit, wo Sie sich sagen, die Ilvese mal verschlagen haben, die sollten vorbei sein. So, also jetzt wird die heisse Wurst an uns vorbei. Mit ihrem Glühwein und wir harrende Dinge, die auf uns zukommen. Die Polizei, wenn es geht. Die Polizei, wenn es geht. Ja, das weißt du, die Nummer 1. Die Polizei, wenn es geht. Ja, das weißt du, die Nummer 1. Die Polizei, wenn es geht. Und danach begrüßen wir sehr herzlich eine Fußmubel der Paddelfreunde aus Schlagenburg. Oh! Oh! Ahoi! Aus Mannheim, Wallstadt! Herzlich Willkommen alle Wallstädter, Freunde mit euch! Zappe! 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 Klang das Motto Eure und Bauern Obst und Gemüse und Bauern. Und danach, es geht jetzt Schlag um Schlag. Begrüßen wir sehr herzlich hier in Sekretär der Wagen der Gartenfreunde aus Mannheim, Rheinau. Mit ihrem Motto, die Bauernweihe von der Rheinau. Und wir begrüßen sehr herzlich ihren ersten Vorsitzenden. Ahoi! 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 Mit ihrem Motto, wir üben die bunte Vielfalt mit Rhythmen aus Abnerwelt in Mönnen. Das Trommepalast genießen wir die sargen Trommelklänge. Das Trommepalast genießen wir die Rhythmen aus Abnerwelt in Mönnen. Das Trommepalast genießen wir die Rhythmen. Der Feuerwehr aus Seggenheim, der freiwilligen Feuerwehr aus Seggenheim. Das Seggenheim übersteht den Fallstuhl-Landsturm. Freiwillige Feuerwehr, es schwankt die Planke, es wackelt die Natur. Auf die Jürgen, auf Seggenheim und auf unsere viele Baustelle ein dreifach. Dann an den Zappel! 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 Ahhoy! Das freut uns ganz besonders, dass auch die Kinder den weinen weg. Immerhin laufen sie 2,7 Kilometer von Ilmstedt nach 2. Musik 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 Hallo, Vista Revolution! Vista Revolution! Ein Teil der Geschichte! Vista Revolution! Vista Revolution! Vista Revolution! Vista Revolution! Siege, zeige, zeige! Siege, zeige, zeige! Zappen! Aiu! Bravo! Zappen! Aiu! Zappen! 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 Aiu! Zappen! Aiu! 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 Ahoi! Sie sind die erste, das Fensterbau Schüler, herzlich willkommen! Ahoi! 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 Liebe Elieer Kilme, herzlich willkommen in Siggene! Ahoi! 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 Liebe Elieer Kilme, herzlich willkommen in Siggene! Ahoi! Liebe Elieer Kilme in Neudor und Siggene! Ahoi! Ahoi! Siggene! Ahoi! 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 Die Schriesheimer Weinkönigin. Stephanie Keller von der Weinvertriebs-Genössenschaft Schriesheim! Die Dame, die junge Dame, die Königin war noch bis vor sechs Wochen Mitarbeiterin in Ilvesheim. Herzlich willkommen in Segenö. Die Schlesheimer Warnkönigin Stefanie Keller. Königin, begrüßen wir sehr herzlich einen Züchterkönig. Herzlich willkommen die Gruppe und den Züchter und den Europameister Günter Wäsch, der sein schönstes Stück dabei hat. Herzlich willkommen die Verrückten Hühner, Hähne und Kugeln mit Günter Wäsch. Herzlich willkommen. Das Acht, 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 das Acht. Und da begrüßen wir die Chicken Diles. Nun Hühner sind auch die Chicken Diles. Und dabei ist unsere Ex-Prinzessin Uta, die erste. Wir gehen zurück nach Ilvesheim. Wir begrüßen eine Fußgruppe. Die Kugel, RdG, Herzgruppe. Die Gruppe der SPD in Segenheim, Bielewetter, die Sozis und das Kapital. 150. Und noch die Hühnerstelle, Segenö. Herzlich willkommen. Begrüßen Sie uns die Stadtrat festen. Friede, Stadtrat Graf Reimel und die SPD-Vorsitzende. Öffi, Conor Petri. Haben wir noch ein Stadtrat, den ich vergessen habe. Herzlich willkommen. Die Roten Socken aus Segenheim. Direkt hinter den Roten Socken begrüßen wir den Buscher-Ruhren der Freundenkreis der Bünderei. Sehr gerne bleiben. Nein! Jahö! Der Bünderkreis der Bünderei. Der Bünderkreis der Bünderei. Der Bünderkreis der Bünderei. Sehr gerne bleiben. Ohé! Ahol. Achol, der Bünderkreis der Bünderkreis. Ohé! Der Bünderkreis der Bünderkreis. Seid, seid als Glück begonnen, jetzt nach Hauseures. Das ist der beste Umzug für jemanden, der ihr werdet, meint er kommt aus in die Zeit. Das ist der beste Umzug für jemanden, der ihr werdet, meint er kommt aus in die Zeit. Insel Hopping mit dem BDS von Elbesheim nach Marfa. Endlich mit Wommen der BDS aus Elbesheim. Ahoi! Mit dem BDS von Elbesheim nach Marfa. Ahoi! 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 Ganz in unserer Nähe ist eine uralte Stadt, die älder ist als Segene. Ahoi! 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 Ahoi, 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 Ahoi! Ahoi, 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 Ahoi! Ahoi, 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 Ahoi! Ahoi, Ahoi! Ahoi, Ahoi, Ahoi! Ahoi, Ahoi! Ahoi, 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 Ahoi! Ahoi, 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 Ahoi! Ahoi, 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 Ahoi! Ahoi! Die Hände, die Hände, die Hände! I can't resist her! Red Beans and Rice didn't miss her! Some nothing had to get in but it told her Ahoi! 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 Wir sind bei der Nummer 44 Wir begrüßen die Schlachtnehmer aus Friedenswelt mit ihren kleinen und mit ihren großen Teufeln Herzlich Willkommen ins Segen alle Teufel am Schönerischen und auch die Schlachtnehmer alle froh! Ahoi! 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 Hallo! Schön sieht aus! Super! Ahoi! 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 Jetzt kommen wir wieder rein, wir können uns in die Flüge kommen. Ahoi! Ahoi! War der für mich gedacht? Hallo! Hallo, wie gehts? Ich bin auch Frisch vom Friseur. Wer hat man da? Ich bin auch. Ich bin auch ein Liedertafel. Okay, super. Wir singen. Wir singen. Ich singe. Ich singe auch. Ich singe auch. Ich singe auch. Ich singe auch. Ahoi! 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 Super! Gut! Gut! Ahoi! 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 Die Gauklau und Merkel des Ischbau 98. Ahoi! 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 Die Gauklau und Merkel des Ischbau 98. Ahoi! 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 Wer heißt du? Niklas! Wir haben früher auf einen an den Neckar gezogen. Das nannte man Dreikler. In Ilbeset gab es Dreikler. Wir begrüßen die Gemeinde Ilbesheim mit dem Motto der Ilbesemacht. Dreikler, wir ziehen an einem Strand! Herzlich willkommen, die Gemeinde Ilbesheim. Mit Ihrem Motto Wagen, wir ziehen an einem Strand. So einmal wirklich ein herzliches Dankeschön, dass hier Wagen an Wagen vorbeiläuft und keine großen Müll sind. Wir freuen uns nicht, wir brauchen alles auf. Wir begrüßen Sie herzlich den Landeskopfverein aus Ironsheuer. 550 Jahre leben auf Fuß und jetzt ist Schluss. Wir sind froh, dass der Parra dabei ist, der Parra hat das gute Wetter gesagt. Chor ist Trumpf, 80, Chor ist Trumpf, Musik ist Trumpf ist Ihr Motto. Wir begrüßen alle Sängerinnen und Sänger der Aurelia Irmeseim mit ihrem Vorsitzenden K1 Sloan. Nach den drei Tagen der Ilmese! Ahoi! Sehr geehrt! Ahoi! Ilmese! Ahoi! Und die Monika Audinger ist auch dabei! Ahoi! Da kann ich es kommen, konnte ich sagen. Da kann ich es kommen, Gott sei Dank, konnte ich sagen. Ich hab's genau gehört. Ahoi! So, vor ist kommt die FMGV Aurelia. Männerchor, Frauenchor, Happy Singers Kinderchor. Die haben es längst begriffen, dass ein Gesamtverein nur existieren kann, wenn er mehrere Vorgruppen hat. Wie auch immer aus Ilmese! Vorhin haben wir die Roten von Zeckene gesehen. Jetzt kommen die Schwarzen von Ilmese! Wir begrüßen sehr herzlich den CDU-Wortsverband aus Ilmese! Sie haben ihr Motto, Schwarz-Kittel-Express. 1250 Jahre Ilmese, 70 Jahre CDU. Wir begrüßen sehr herzlich die CDU aus Ilmese, wie ihr Vorsitz für den Andreas Eck. Und auf die CDU aus Ilmese ein Toller-Express! Ahoi! Weg mit雨! D oder whatever great thing you can see? Ahoi! 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 Wir schaffen loch! Ahoi! Ahoi! Wir schaffen loch! Die Spielvereinigung Grundein, die Fußballjugend, die Erfindung, die Spielvereinigung Grundein, die Fußballjugend, von der Insel, Herzlich Willkommen in Segenheim, die kleinen Krieger. Wirklich hier, Ecke Kloppenheimer Ecke Hauptstraße. Und die schönste Polizistin ist auch hier, die Dame aus Brühl. Bleiben Sie ruhig bitte bei uns in der Nähe. Ja, Ahoi! Die D&B steubert aus Mannheim Freidenheim. Ahoi! Freidenest! Ahoi! Freidenest! 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 Ahoi! Ahoi allen Freunden! Ahoi! 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das ist nicht der Kick. Wir begrüßen die Fly-Lips vom Sängerband mit 3 Neuerletz. Zabbe! Ahoi! Zabbe! Ahoi! Zabbe! Ahoi! Zabbe! 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 Ahoi! Ahoi! Zabbe! Ahoi! 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 Ahoii! Ahoi! Hey! Zecken hei! Auf die Kuppel! 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 Hört ihr doch was? Ja, ich sehe auch schon. Der Polizei mit einer 3-Fort-Geräfte Kuppelzolle! 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 Und viele Menschen auf Zitzenbocken! Und die Kuppelzolle haben alles dabei! Dass sie in ihren Reihen haben! Die für die Kuppelzolle! Lachen mal, lachen mal! Der Kuppelzolle sieht dabei! Letztes Sieg eines! Kuppelzolle! 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 Ahoi! Wir grüßen natürlich den Herrenpräsidenten Zappe Jürgenzin mit einer 3-Fort-Geräfte Kuppelzolle! Kuppelzolle! Ahoi! Kuppelzolle! 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 Oh ja! Ahoi! 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 Hallo! Hallo! Wir haben alle ganz ganz tollen Oldtimer-Karten hier unter uns. Von Badischen Hof hier in Segenheim. Ahoi! Ahoi! Von Badischen Hof in Segenheim. Ahoi! Ahoi! Was habt ihr noch gehört? Andreas Hemsner fährt ihn! Mit zwei geilen Männern drin. Jawohl! Haben sie fertig! Schön, danke! Ahoi! Wunderschön! So, und jetzt geht Meiner, du hast ja gar nicht mehr hoch. Was haben wir, etwa Auto hier? Let's set es. 190er. Bauer 69, 280er SL, 150 PS. Super. Und mit zwei geilen Männern besetzt. Hervorragend, super, danke. Und aus dem Trink-Fax, zwei Dollar, den Zappel! Aho! Trink-Fax! Aho! 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 Isolana, mit dem Motto, die Südtirol-Fahrer. Sie sind doch weitermal dabei, gell? Wir begrüßen die Sonntagsgrumme der Isolana mit ihren Musikanten. Aho! 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 Und der Ehrenpräsident Wolfgang Schweitner. Herzlich Willkommen in Siegerich! Aho! 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 Und direkt dabei, Aho! 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 Untertitelung. BR 2018 Ahoi! 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 88 Zugnummern haben wir bereits hinter uns. Ahoi! 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 Super, danke! Ahoi! 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 Der Kampfer Insulana brüchst Eckene mit zwei Mann und es Acht! Ahoiii! Acht! 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 Und wir begrüßen den Elferrat des KVI Insulana mit ihrer vorsichtenden Kavine Münchiger Lande. Der KVI grüßt den Markus Stöder mit einem dreifach Sammeln in Arsch! Sabine! Sabine! Habt ihr das schöne Wetter mitgebracht? Ja! Der hysterische Umzug, der historische Umzug, 1250 Jahre Segenheim, 1250 Jahre Elfesheim und er klingt jetzt in der Kloppenheimer Stöder. Er klingt im Anwesen Eder aus, er klingt am Wasserturm aus und da drüben vielleicht noch beim Klose Jakob. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und noch viel, viel Freude am Fastnachssonntag in Ilvese und in Segenheim. Und auf den Fastnachssonntag, auf den Fastnachszug rein! Tappe! Ilvese! Tappe! Ilvese! Tappe! 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 Tappe!